Die Büchereifachfrau wollte ich gerade sagen. Ich muss voll außer Kontrolle sein. So wie der Bulldozer. Oh Gott, ich häng fest. Nein, doch nicht. Wie du guckst. Was schläppst du da vor dir her? Das sind so Rollgläser. Was ist hier los? Für eine Autobahn. Oder irgendwas in die Art. Ich höre keine Autobahn. Das waren eben Autogeräusche. Ach so, du meinst die Geräusche von draußen. War das bei dir? Das kann sein. Nein, das war im Spiel. 100 Pro. Erzähl doch, Kai. Ja, Mann. Draußen ist auf jeden Fall gerade ein... Ding ist vorbeigefahren. Oh, was? Äh. What? Hm? Ich hab' noch, hast du es immer noch bei dir. Erzähl doch, Kai, bewegt. Ja. Ich glaube, wir müssen gleich gegen Zwerge kämpfen. Gartenzwerge, Gnome, Gnome nennen wir den Ding. Was ist denn das hier für ein Buspark? Okay. Irgendwas brennt. Oh. Oh. Die Bibliothekaren? Was? Nein. Ah. Oh Gott. Oh. So. Ich muss gerade sagen, das war jetzt. Düster. Das ist eine mobile Bücherei. Wie weit? Die Tür ist offen, ne? Na schon mal gut, wenn die Tür aufgestoßen wurde. Wir folgen den Büchern. Tut es mir jetzt weh, wenn ich da reingehe? Aua. Ja. Follow the book. Ich spüre, was Buch kommt. Ah, scheiße, es ist geschlossen. Ah, es ist nicht geschlossen. Es ist nur... Das ist ein riesiges Gesicht, das ist nur hungrig. Oh Gott, das ist ein Pixie-Gesicht. Die Tür kann nicht hungrig sein. Okay, die Tür... Ich denke, es wird Criss. Ich will eben ein paar Criss finden. Gut. Hier ist ein anderer Weg. Oh, Potatoes. Nein. Oh, Mann. Ich denke, es ist der Stromgast. Müssen es doch einfach aufbringen. Ja, mach nur es mal auf. Überlass dir den Vortritt. Ach so. Okay. Okay. Außergegen. So einfach ist das. How's it going? Ja. Mach ich zu Hause auch immer, wenn ich das Ding mal aufbringe. Klar. Aber irgendwo gegen... Das ist auch gefährlich gegen den Sicherungsgastensaun. Nein. Crash. Uh. Stand da Turbular. Awesome. Warte, warte, warte. Nein. What just happened? Ich habe nur den Müllerhammer getreten. Nein. Oh. Wir machen jetzt kein Wettrennen zum... Wir machen einen... ...Souveränien laden. Oh, Scheiße. Ich seh überhaupt nix, ich seh überhaupt nix Ich hab gewonnen Nicht gesehen, wo Was? Ich auch nicht Nur der Preis ist am Leben Nein Weiter der Scherz Oh Gott, ganz viele Preise Oh Gott, Brenn-Geschwerter Du Scheiße Der Preis ist heiß In wahrsten Sinne Captain Honkers, hilf uns Boah, können wir Captain Honkers skillen? Das wär der Hammer Ah, willkommen im Pixie-Park Oh Gott Oh Gott Kleine bösartige Geister Ja Ja Die Eltern Die Eltern Wäre eigenen kleinen bösartigen Geister Mit in den Park Was auch immer Es ist viel zu fröhlich im Hintergrund Was? Was ist das? Schoen Grotto Achso, ach, was Okay Hatten wir denn nicht schon mal die Schoen Grotto? Ja, ja Ich glaube Irgendwas war da Ja, und die Tiere streicheln im Prinzess-Schwanger-Dinge Im Prinzessin dann Prinzessin Pregnant Oder durch die Ja, oder durch die Baumwüpfel Denkst, Kapustern Oh, und jetzt neu seit der unserer Saison in 87 Schon eine ganze Weile her Das Laser Kingdom Die muss hier irgendwo sein, die Bibliothekarin Ja, das denke ich auch Für eine alte Lady Okay, was? Muss ich von dem Bluch verstecken Warte Können wir nochmal zurück zum Kliniegeschäft? Wahrscheinlich Scheiße, hier Kriegen wir nix Wie war das heilen? Ah, okay High five Okay Das ist ein high five Wow, wait Wow, wait Die sind ganz viele Ziele Nein Nein, das sind Pilze Oh nein, die sind Ziele Gleich Glaubt mir doch, wenn ich dir das sag Ah, wir kommen nicht mehr zurück Ahhhh Ja, er hat seine Crisps gefressen Da war doch noch so viel Oh, so viel Scheiße Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man in unserem Spiel so viel verpassen kann Nee, glaube ich auch nicht Oh Okay, wir können da nicht durch, obwohl die Bücher da lang führen Also, weiter nach oben Ja Wir müssen uns einen Weg drum herum suchen Oh Oh Die sind mir ja nicht ganz geheuern Ich finde böse Pixies Das sind ihre Augen BIPI 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 Was soll das überhaupt darstellen? So ein Pixie? Nee, ne ein Piskey Piskey PISKY Ne kleine böse böse Geister Kleine böse Böse Kinder PISKINDER PISKIES PISKIES PISKINDER PISKY PIMKI PIMKI Kleine Legenden, die hier auf der Insel sind Und halt ganz viele Die sind Borger Kleine böse Borger Böse Gab's nicht auch böse Borger? Ich weiß es nicht Gab's davon mehr als einen Film? Ja, nee Aber Borger fand ich cool Borger war ein cooler Film Ja, aber die waren noch alle eigentlich Eigentlich lieb Ja Irgendwo Vielleicht verstecken die Pixies ja die Bücherweifel Wir sind nicht real Julian, wir sind nicht real Das sagt die Richtige Doch nur für die Babys, die in den Themenpark kommen Äh, da 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 Baby ist dort Da Sprich, Freund und tritt ein Ja, oder auch nicht Ich brech, Freund und tritt ein Wow Ah, hier Guck mal, hier können sie Heu anzünden wahrscheinlich Gut Okay Ja, äh, ich würde sagen Diese Kinder Haben entweder eine sehr blühende See, oder Das Feuerschwert Ja, dann lass das Feuerschwert mal sein Arbeiten Ich glaube ich hab das Schwert Oh Gott! Nein, lass das Feuerschwert seine Arbeit Das ist das Viech, was die Arbeit macht Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Leuchten da auf Das bedeutet es ist auf unserer Seite Definitiv Oh hier, Hungry Also kommen wir nicht lang Wir kommen zu dir Hammer Hammer Locker Geh mal auf das Einhorn Mit deinem Kampfschrei Mit deinem Kampfschrei Einhornritter Ne, ein Ritter kann auch ein Einhorn sein Und so rum Einhorn kann auch ein Ritter Kann auch Das ist ne Magic-Karte, die ich mal sehen will Du hast deine Mami und dein Papi verloren Oh man, warte auf sie hier Oh, oh man Das ist mies Arme Melzer Melzer sag ich schon, die arme Nessa Nessa Ich hab den Namen vergessen Äh, Nessa ist schon richtig Nessa auch richtig Oder was los? Keins rückt mehr Alter, was ist denn hier los? Meteoriten-Schauer Augen-Meteoriten-Schauer Hier ist ja Apokalypse Stell rein! Kontroller geht grad voll Äh, wonach schauen wir? Äh, nach einem Weg Äh, irgendwas was dieses, das auffällt dass wir nicht zu einem Barbecue werden Ähm, kannst du dich bewegen? Ne, ich kann mich nicht bewegen Nicht schon wieder Oh man Dein Ernst jetzt Why? Load Autosave, eine Minute zurück Aaaaaaah Das ist jetzt schon das vierte Mal? Oder dritte Mal? Das ist so schade manchmal Wo sollen wir's nochmal? Ja, bleibt ja nichts Och, gleich laufen, ich kann mich bewegen Na, wenigstens kann man gut und schnell laden Naja, die Autosaves sind zum Glück relativ What? Sword-Volumen? Sword-Chent-Volumen? Girls-Bush Hm Okay Das ist ne Kröte Und ne Eule Das gestopfte Eule Das bin September 1963 Ach so, ach das ist... Ah, ne Fundgrube, stimmt In Golf Club's Picnic-Area April 1970 Norfolk Mobile Hill 58 Aaaaaaah What? Bist du ein Zauberer? Probably a wizard Das sagst du nur, wenn man die Haare lang und weiß ist Der möglicherweise Zauberer Vielleicht bin ich ja ein Zauberer Ich tendiere dazu, Sachen wieder erscheinen zu lassen Wieder auftauchen Denn... Diese Alters wieder... Diese... Diese Gegenstände waren... Einst... Verloren und vergesen Äh... Why are you here in this chat? Was ist dein Chat? Keine Ahnung Warum bist du hier in dieser Hütte? Ja, das Hütte... Hütte passt schon Das ist meine... Meine Kollektion Ich helfe diesen... Verlegten Dingen Einen... Einen Sinn zu finden Und du siehst auch ein bisschen verloren Hast du irgendetwas, das uns vielleicht helfen kann Gegen das Feuer draußen? Um mit Feuer... Fertig zu werden brauchst du Wasser Nein! You don't say Hahahaha Na das wissen wir auch Ha... Aber wie kriegen wir Wasser mit uns herum? In den alten Zeiten haben wir eine... Eine Schweineblase verwendet Ah, widerlich Okay... Ganz irgendwas von diesen... Unaufgeblasen Balancen Boah, Wassermomben! Das ist schon besser! Danke! Nein! Nice! Jetzt kriegen wir Wasserbomben Danke, möglicherweise Zauberer Ah, es ist wieder ein... Ein nur dein Ding Boah, Wasserbomben Wobbly Wet Balloons Du kannst 14 machen und ich kann 14 auf Gegner schießen Ach so, cool! Wobbly Wizard Water Balloons Hehehehe Du posierst in der Wizard Unten links Wobbly Wizard Links! Ach so! Ah, wenn sie aufgeladen sind Werden sie erst zu einer Pfütze Okay Mit A Das Feuer nicht mit A Das Feuer nicht mit A auch Frisbees berufen? Ja Ach so, ist das jetzt einfach nur ein Upgrade? So, ist das jetzt ein Upgrade Oder kann ich jetzt keine Frisbees mehr werfen? Keine Ahnung, sehen wir dann Auf jeden Fall kannst du Können wir jetzt Pfütze machen Das auch schon mal Das heißt, wenn wir zurück in die Stadt kommen Können wir dieses eine Shrimp-Ding voll machen Du erinnerst dich? Ja Du erinnerst dich? Das ging ja nicht vorher Irgendwas hier Achso, ich kann damit aber auch angreifen scheinen wir Ja, scheint ein Upgrade zu sein einfach nicht Ey Was ist eine scheiß Waffe? Eben Kriege eigentlich auch irgendwann Und da ist noch Feuer, oder? Auch irgendwann mal ein Upgrade, frage ich mich Weil ich habe ja im Moment noch keine Anfang strich die Waffe Wie hier hinter? Wie ich da Wie ich die Karin finden kann es mit uns prüfen Wie hier Hä? Mit den Wasserbomben hier den Dünger da Zum Erblühen bringen Echt? Alter, die Kamera ist irgendwie zu nicht nah Mach mal ein fettes Ding an so einem Wasser An so einem Düngersatz Kann wir den dann kaputt machen? Machst du ein fettes Ding? So ein Teil? Ja 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 Entschuldigung, was da hinten? Hm Ich habe es durch den Dünger geschossen Bäh Bäh Ah, okay, mit einem rechten Stick Kannst du Fähigkeiten dazu Wuh Wuh Da ist ein Sack Oben rechts waren ganz viele Säcke Oben rechts haben wir alle gekriegt Nee Nee Bei mir waren die alle noch normal Bei dem Foto Hier steht noch einer Warte hier Bei mir ist der Sack Bei mir ist der Sack da schon weg Okay Zwerge Zwerge Ich hasse Zwerge Kann sich auch zum Blünen bringen? Leider nicht Bei mir ist der Sack Und die hier werden jetzt aber gleich Hätte ich gehabt Bei dem Updating Oh Gott Wasserbomben sind mega defektiv dagegen Warum wohl jetzt? Oh, komm mal her Lock das hier her Krasseste Pfanne überhaupt Kannst du Hier ist der hinterher Achso Der muss Der muss Hier drauf seine Dinger werfen Hier ist ein Schalter Wie du fahren gerade? Da drüben Kannst du sagen Piu Komm mal her Ich geh nochmal nachher hin Okay Schade Da war nichts Trinkt das nichts Wenn der hier auf diese Hake tritt? Ähm Ja Ist ja glaube ich Nichts passiert Nooo Krieger leider nicht Boah Boah Der hat mir jetzt gerade zu schaden High five High five Alter Scheiße Komm her Ich meine, verlieren die Gegner RELATIV viele Von den Plastern Ja 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 Wieso kann ich nicht rennen? Frag ich mich auch Achso, weil wir gerade Wichtiges Gespräch hatten anscheinend Ein wichtiges Gespräch Was wir beide total ignoriert haben Äh Ich hab das Gröbste davon gelesen Ging darum, dass sie sich da Äh Gefragt haben Wenn die Äh Wenn dieser Fluch halt Nicht Menschliche Objekte Nicht lebende Objekte Zum Leben erwecken kann Was kann er dann mit den Äh Mit Menschen machen Komm mal da hinten Da ist sie Oh, sie hat das Geschichte Das ist also Geschichte du Oh, sie ist gefangen Wir werden sie retten Verlass mich auf dich Ich bin nutzlos Wieso? Ja Weil diese Fiecher nicht Hatten machen, wenn ich sie anbreche Ja Nice Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Was ist das? Was ist das? Ja Ich bin aufgeladen, aber macht mega viel Scheiß Ich bin aufgeladen, aber macht mega viel Scheiß Ich bin aufgeladen, Actual інst Was ist das? Eine Oh, wow, zieht der Bücher rein. Die volle Kraft ist nun mein, ihr dummen Narren oder närrischen Kinder. Närrischer Tuck wollte ich gerade sagen. Das war Gandalf, ne? Okay, der Fluch hat sie erwischt. Sie ist wie eine Hexe. Packt das Buch! Ich muss niemand mit seinen Händen annehmen. Nennt man das noch? Heiligen Tests. Ja, puh, was, was, what? What the... What? Hat sie sich in Sideway? What just happened? Nee, irgendwie ist sie so Sideway-mäßig weggeglipscht. Irgendwie hat sie so aus, als ob sie einen Divekick gemacht hätte oder so. Hätte auf jeden Fall Hackengas gegeben. Werde es zurückkriegen, verspreche ich es dir. Nice. Wie kommen wir uns anderen ran hier? Dafür müssen wir wahrscheinlich den Kabeln folgen. Ah, 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 schrotten. Nein, mal im Kreis gegangen. Das Kabel geht hier lang. Zack, 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 zack. Irgendwo da ins Gewirrsch. Bin ich nicht aufs Klo. Äh, haben wir hier nicht. Hier gibt es nur Tee. Wieso jetzt? Ah, hier, guck mal her. Gruselig, hier aufs Tür. Äh, doch nicht mit mir. Äh. Ah, jetzt bin ich obsessed. Bin ich nicht drauf? Äh, irgendwas ist hier drin. Äh. Was? Ich bin nicht aufs Zulett, nein. Oh, Mann. Das ist ein Schwer. Oh, Gott. Das ist ein Klo-Opfer-Feld. Das ist nicht wirklich ein Schwert, aber kein Schild kann es aufheilen. Oh, cool, das ist ein Grappling-Hook. Aha. Hä? Und was ist das? So kleine Minen oder was? Kann sein. Cool als shit.